Oh, nicht du wieder. Was denn? Hör, der Kette sagt, dass die Stein sagt, dass eine der Steinmeier in den Rüdern zerfällt. Es wird sich um ein uselesses Goldfisch, wenn es in der Wasser zu lange bleibt. Wir können das nicht passieren lassen. Du musst es ausfüllen. Und für das brauchen wir ein Röder mit einer goldenen Rüder. Sie sagen, eine der röden Rüder hat die Linie seit Jahren und niemand hat sie seitdem gesehen. Bist du ernsthaft? Sieht doch aus, dass wir uns schocken. Aber... Find die röden Rüder. Das ist, was die Steinmeier gesagt hat. Und das ist, was wir tun. Kann die einfach irgendwas mal einfach reinpropfen? Sieht die Rüder? Hör die Kette an, sie sind einfach zu schocken. Wir müssen sehen, was sie ansehen. Jetzt könnte ich reinrutschen, das Auge mitnehmen. Mach ich aber diesmal nicht. Hallo, Hör die... Hör die Kette an, sie sind einfach zu schocken. Ich hab doch nicht mal Tschüss gesagt. Oh. Oh. The cat says, the stone says, that's the one. We don't have much time. Put it on a stick and we're good to go. The cat says... The cat says that the stone said. What is it that you don't understand in this sentence? Down the river. There it goes. Fischen. Suche nach unruhigem Wasser. Genau dort halten sich Fische auf. Fische stellen deine Vitalität wieder her. Die Fischgeräte könnte ebenfalls nützlich sein. An manchen Angelplätzen kann man durchaus auch andere Dinge aus dem Wasser ziehen. Ich habe es gemacht. Aber es ist ein Auto. Ein Goldfisch oder ein Steinmeier. Also... Well... 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 And you're the stone, don't you? He doesn't even have real eyes. ja in klammern endlich was war denn das jetzt gerade für ein komischer hier lag ein großer stein mit einem tiroler alpenhut auf und hat uns gesagt wie wir fischen können irgendwann werde ich bekloppt und springe vom dach ich kann nicht schwimmen meine liebe hallo meine liebe du bist jetzt auch gerade ne gerade meisterlich gestorben ich glaube du bist so kurz davor gewesen also am anfang fand ich die pilze noch niedlich aber mittlerweile finde ich die erst verstören da war kein drache oh komm das war es gut um victory the dragon's dead see borby i told you there was a dragon but you just never listen never believe oh give me a break the girl's full of it i could smell alive from a mile away but with the roaring gone i guess the trouble's over too so i don't care for the details anyway we fixed the bridge just as promised and here's something more for the effort yes some very special sticky arrows i think you'll figure out how to craft more of them easily hands for sticky arrows i've heard of mighty hunters who made them that knowledge was long forgotten unless it's the witch who the witch what are you talking about the witch is long gone hmm you know baba the witch you must have heard of her people talk about her all the time ah we know what you speak of girl but baba as you put it is no witch it's something far darker baba baba oh that's a hell of a name though anyway good luck and take care oh and see you around i have a feeling we'll meet again soon enough abgeschafft vorsicht drache ui verlorene seite klebrige pfeil oh a nice little souvenir i'll look out on a shelf er hat er hat ich bin doch ein bisschen brügeliger als gedacht so jetzt können wir endlich über die brücke drüber das war unser unser begehr ich hätte hier hinten auch noch alles erkunden können aber ich wollte nichts vorweg greifen das problem ist jetzt für mich gesehen guckt euch mal hier hinten an hier hinten da ja ich sag da mal nichts dazu so lebt so lebt sie hat sich die breche es dauert lange es ist es ist es ist es ist Die Geräte können die Erinnerungen verletzen. Dragoi, ich komme für dich. Ich halte mir schon ein bisschen was aus. Aber die sind aber auch in keinster Weise nett. Okay. Wir haben hier noch ein paar Zähne. Zähne? Endlich, endlich habe ich noch ein paar Zähne im Mund. Hallo? Oh, ich bleibe alle, bleibe alle so. Okay. Kann ich die auch so einsammeln, ohne die umzubringen? Hallo? Nee, kann ich nicht. Also ich bin der Meinung, ich kriege von den kleinen Wuseln wett Karma. Deswegen sammle ich die ganze Zeit nicht mit ein. Ich glaube, mein Vogel pfeift schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe schon die dritten. Dann gehen wir mal in das Häuschen rein. Da ist ein Spielzeug. Es sieht ein bisschen wie ihm. Ist da sonst noch irgendwas? Eine gruselige Puppe. Ah, Honig und Pfeile. Ja, wenigstens etwas. Aber dieser Stein sieht ein bisschen anders aus. Was ist das? Wer ist... Ja, ist das. Die Vision. Ordne die Fragmente der Vergangenheit an, um die Wahrheit zu ergründen. Passe Zeit und Raum an, um die fehlenden Elemente des Szenarios zu sammeln. Bewege WS, um die Zeit anzupassen. Bewege AD, um den Raum anzupassen. Drücke die linke Maustaste, um fehlende Teile zu fixieren. Was ist das Ding? Ist das... Ist das... Einmal sehr gruselig. Einmal sehr gruselig. Bisschen? Na! Bisschen! 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 Ih, das ist Hentai-Oma. Oh nein. Dragoi, ist das, wie du... Warum sehe ich das überhaupt nicht? Er scheint mir... Angst vor mir. Willst du herausfinden, warum? Ich hoffe, das wird mich näher zu Zora. Also ich glaube, wir haben hier einen von unseren Bekannten getroffen. Also der Geist ist einer von unseren Bekannten. Und die Hexe hat ihn wohl geholt. Und vielleicht ist die Stimme, die mit uns redet, das wird sie aber erkennen. Ist vielleicht hier unsere, doch unsere Schwester. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Das sind nur Vermutungen, aber ich gebe da kein... Kein Gewehr dazu. Keine Garantie auf diese Aussage. Da hinten hätten wir uns noch ein bisschen umgucken können, eigentlich. Ich wäre auch gerne mal zu dem Baum hier hinten gegangen. Nee, wir sind doch hier... Nee, wir sind ja hier rüber gelaufen. Okay. Oh. Dracoy did turn out to be a jerk, but even he deserves better. Oh, does he? Is your memory playing tricks on you, princess? Das ist der eine Reine oder was? See? Now hunt him down to build the metal. I have to make him stall the state for a while. See the little guys on the trance? Do the other own guys. Oh my god, i'm so excited. Oh yeah, i'm so excited. Oh my god. Alright, i knew it. I knew it was the actual Knife. Oh, i knew that. Oh, my god, my god. Ich schieße, ich mache mich nicht mehr, ich mache mich nicht mehr, ich mache mich nicht mehr. Ich muss aber gar nicht mehr so dagegen den Kloppelzer vom Baum hauen. Ich muss den Kloppelzer aufnehmen. Okay, ich muss mir auch wohl nicht Pfeile bauen, ob sie das gefühlt haben. Ab, ab. Ah, war der Busch im Weg. Jetzt fangt er uns das Leben zur Hölle. Ja, da brauchen wir. Äh, keine Pfeile mehr. Nein, wir haben schon mal keine Pfeile mehr gehabt. Egal. Ja. 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 Ja, ja. 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 Mal sehen, was jetzt kommt, oder? Ah! Hau ab! Keine Pfeile bauen! Hau ab! 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 Haben wir die beiden bis hin? Hau ab! 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 Naank They���erateke! They say you are! He cried out violently. She couldn't believe her ears. She used to call draguei a friend. Whatever. Let's go. We have to find Xoram. But I... Think I know where she's at. Granted Draguei as he stood up. A wounded pride tempted him to do something he would regret until the very end. As they walked through the... Mysteries this and that... Oh, here's a good part. After leading the way for a good while, the boy stopped in the middle of a clearing. Go! A pack of men from the village jumped out of the bushes and took the dazed girl by surprise. You've made up your mind after all. That's a good boy. Said one of the men. Treachery plagues the lesser minds. Doesn't it, Dragoy? Light the fire and bring in the gold. Time to cleanse this waif of the witch's touch. As Yaga looked at the scapegoat brought by the villagers, a familiar voice grew in a volume in the back of her head. You've let them treat you like trash all these years. And now you're even gonna let them cut you open? Let them burn you alive? Let me answer this for you, princess. Let the hell out of my way. Whoa! You always saw me as the perfect scapegoat. You always saw the lobster. I knew that. I might just give you all you've ever wanted. Just... Get out of my way. Please? What are you waiting for? Stop it! You want me to home still? I think we are not going to die whole blood. I feel like we have the whole wound out. Du hast die Leid. Es tut dir der ganze Welt. Aber das ist... Das ist der Preis. Das ist der Preis. Es ist so gross. Es ist so gross. Es ist so gross. Du bist der Boundling! Freak! Mein Name ist sehr alt. Du hast mich immer wiederholt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Du bist mir nicht. Du hast keine Wahl. Du gehst direkt an. Du gehst nicht. Du gehst nicht. Was ist denn das hier? Lieber Traum oder was? Ja, du bist toll. Es ist egal, woran ich vorbeikomme, es grenzt einfach die ganze Welt. Hier in den Wurzeln, du kannst nicht aus dem Feuer. Komm, du bist in der Licht, inhalte die Wurzeln. Ist das nicht das, was du willst? Und wenn du dich verletzt hast, die Blämmen hat dich entgegen. Wenn du dich so schwerst, dann ist das die Wurzeln. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Geht der auch mal kaputt? Was du? Muss ich vielleicht so machen. Oh, ne. Oh, jetzt fliegt langsam. Ich halte meine Rüste. Und weiter gehts. Alter, die ganze Welt brennt einfach nur noch. Es ist einfach nur noch Feuer, Alter. Alter, ich sehe ja nicht mehr. Meine Augen. Ich weiß nicht, was ich war. Einfach nur die linke Maustaste. Ich komme mir vor, gerade wie bei irgendeinem Zuckergame. Das ist der Preis, den ich bereit bin. Okay. Okay, du hast die Augen. Und sie werden nicht wieder versuchen. Nicht, wenn ich da bin. Sie denken, dass ich... Volko und Slavica... Wir wissen, was zu ihnen passiert. Ich denke, ich weiß, woher zu schauen. Wo ist Dragoi? Der Weasel. Muss sein, dass er nach Hause ist. Und ich glaube, die Echse hat ihn dann geholt. Oh, ja. Und ich glaube, die Echse hat ihn dann geholt. Oh, ja. Die Maske ist zerbrochen. Wo? Oh, nein. Bitte, nicht meine Maske. Ein roter Huch. Ich bin fast da. Alter, das war ja fast wie ein Fiebertraum, Mann. Meine Herren.